Wenn man sich von der Altstadt entfernt, erreicht man den wunderschönen vor kurzem umstrukturierten Stadtpark Sonnengarten genannt. Sein Name ist sehr suggestiv und spiegelt die Schönheit der Natur wider. Die in diesem kleinen Stück Paradies vorhanden ist. Er wird von den Bürgern von Ragale sehr intensiv genutzt. Heute ist der Sonnengarten ein öffentlicher Raum, wo die Bürger von Ragale ihre Freizeit verbringen und sozialisieren können. Ein kleines Stück Paradies inmitten von Pflanzen und Blumen der Wälder am Mittelmeer in Verbundenheit mit der Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017